Moin mein lieber Drohnenpilot, in diesem Video möchte ich dir einen Einblick geben, was du beim Flug mit einer C2 zertifizierten Drohne beachten musst. Angefangen bei einer Drohne mit knapp über 900 Gramm Gewicht, also hier die Mavic 3 Pro Cine Variante mit dem C2 Label hier drauf, bis hin zu 4 Kilo Systemen, wie hier eben solche die M30T als Beispiel für eine 4 Kilo Drohne. Und was ich dabei beachten muss, auch wenn ich dann im Gewerbegebiet, im Stadtgebiet mit meiner Drohne fliege, das gucken wir uns nach dem Intro zusammen an. Erstmal, um alle von euch abzuholen, was bedeutet denn diese C2 Zertifizierung überhaupt, die eben hier so als Aufkleber, beziehungsweise als Logo mit solchen Flügeln auf deiner jeweiligen Drohne drauf ist. Es gibt ja eben nach EU-Recht verschiedene Zertifizierungsklassen und diese Klassenidentifizierungskennzeichen, so nennen sich dann diese Aufkleber, beziehungsweise eben diese einzelnen Klassen, von C0 bis C4. Das heißt, größere Drohnen wären dann C3 oder C4 oder eben ganz kleine in Richtung Miniserie hier unten. Da bin ich bei Drohnen bis zu 150 Gramm dann oft in der C0-Kategorie, beziehungsweise Zertifizierung. Oder die normale Mavic 3 Serie, also zum Beispiel die Mavic 3 Classic, wie wir sie hier haben, da habe ich eben eine C1 Zertifizierung. Die Mavic 3 Pro als Beispiel, wie hier, hat ja eben diese drei Kameras und ist natürlich ein super System, ist dadurch aber etwas schwerer als, sag ich mal, die Standard Mavic 3 und dadurch ist sie über 900 Gramm Gewicht und ich falle damit nicht in die C1 Zertifizierung, sondern in die C2 Zertifizierung. Das seht ihr auch eben als Aufkleber auf eurer Drohne, ob die Drohne schon zertifiziert ist und wenn ja, in welcher Klasse sie zertifiziert ist. Und in diesem Video möchte ich eben rein auf die Rechtsgrundlage der C2 Zertifizierung drauf eingehen. Wir haben weitere Videos gemacht zum Thema C1 und so weiter. Guck dir das gerne an und auch natürlich da gerne den Kanal abonnieren, wenn du da einfach auf dem neuesten Stand der Dinge bleiben willst. Prinzipiell versuche ich aber in möglichst kleinen kurzen Schritten zu erklären, was du beachten musst, wenn du dir jetzt gerade deine Mavic 3 Pro oder so gekauft hast und jetzt endlich losfliegen willst. Wenn du jetzt ganz neu im Drohnenthema eingestiegen bist, dann müsstest du natürlich als allererstes an deine Haftpflichtversicherungsdenken. Wir haben immer, zumindest in Deutschland, auch eine Haftpflicht, egal wie groß die Drohne ist und die Dinger hier natürlich erst recht, eben privat oder auch gewerblich schauen, dass die Drohne versichert ist. Wenn du da noch nie was von gehört hast, keine Ahnung davon hast oder so, dann haben wir unten in der Videobeschreibung einen Link drin. Bzw. hier oben rechts ist er jetzt auch verlinkt zu eben einem Anbieter, mit dem wir da kooperieren, was die Haftpflichtversicherung angeht. Aber da gibt es zig verschiedene Anbieter. Guck dir das einfach mal an. Aber speziell auch betrieblich bzw. gewerblich daran denken, dass in der Betriebshaftpflicht nicht drin ist und dann das Ganze eben immer eine Zusatzversicherung ist. Also Haftpflichtversicherung habe ich mich jetzt darum gekümmert. Jawohl. Dann muss ich eine Registrierungsnummer beantragen und dann auch auf die Drohne aufbringen. Das ist hier beispielsweise mit diesem Aufkleberchen, den man hier sieht beim Luftverbundesamt. Also das, was ich jetzt erkläre, ist eben rein auf, sag ich mal, Deutschland bzw. das deutsche Luftrecht bezogen. Wir haben auch extra Videos, wo wir dann die Rechtslage in Österreich, Schweiz und so weiter erklären. Guck einfach bei uns auf den Kanal. Aber ich muss mich als Betreiber, also als Privatperson oder eben als Firma beim Luftverbundesamt registrieren, bekomme eben eine Registrierungsnummer. Und diese Nummer muss auf allen meiner Drohnen vereinfacht, sobald eine Kamera drunter ist, eben aufgebracht werden. Also eigentlich auch nichts Schlimmes. Aber das natürlich neben der Haftpflichtversicherung frühzeitig machen, damit du überhaupt dran denken kannst, zu fliegen. Also das erstmal so die absoluten Basics. Wenn du da nicht genau weißt, wie das funktioniert oder so, das würde ich jetzt in diesem Video nicht erklären, sondern ich würde so die allerwichtigsten Sachen jetzt hier zusammenfassen, dann haben wir ein extra Video gemacht, so die allerersten Basics-Schritte für Anfänger ist hier oben rechts verlinkt, wenn dich so die absoluten Grundlagen da interessieren. Aber ich habe jetzt meine Versicherungen geprüft und ich habe eben auch die Betreiberregistrierung beim Luftverbundesamt gemacht, die nurmals auf der Drohne drauf. Und jetzt will ich in meinem Gewerbegebiet zum Beispiel mit der M30 oder mit welcher Drohne auch immer jetzt losfliegen und Inspektionen durchführen oder mit der Drohne irgendwelche Imagefilmproduktionen eben im Wohngebiet, Gewerbegebiet oder wo auch immer machen. Dann bin ich mit der C2-zertifizierten Drohne in fast allen Fällen in der sogenannten A2-Unterkategorie. Das sieht man jetzt auch schön in der eingeblendeten Tabelle sozusagen, wo diese verschiedenen Kategorien auch nochmal beschrieben sind. Und diese A2-Unterkategorie bedeutet im Endeffekt lieber Drohnenpilot. Du darfst mit deiner Drohne, wenn sie eben C2-zertifiziert ist, auch innerhalb von Wohngebieten, Gewerbegebieten und so weiter fliegen. Aber du musst Sicherheitsabstände zu unbeteiligten Personen einhalten. Also darfst den Leuten, sage ich mal, nicht mitten über den Kopf fliegen. Unbeteiligte Personen sind vereinfacht alle da draußen, mit denen ich nichts zu tun habe. Also die Leute, die da gerade als Fußgänger unterwegs sind oder so, das sind alles rechtlich natürlich unbeteiligte Personen. Und was ich dann zum Beispiel jetzt eben mit der Mavic 3 Pro beachten muss, ist, dass ich zwischen 5 und 30 Meter Sicherheitsabstand einhalten muss. Das sieht man jetzt auch sehr schön in der Grafik, die eingeblendet ist. Dann ist es etwas logischer hoffentlich und etwas einfacher zu verstehen. Prinzipiell ist es so, wenn ich nicht im sogenannten Langsamflugmodus unterwegs bin, also nicht mit 3 Meter pro Sekunde, also wenn ich Schrittgeschwindigkeit fliege, dann muss ich unabhängig von der Höhe sozusagen 30 Meter Sicherheitsabstand zu unbeteiligten Personen einhalten. Das heißt ganz streng genommen, ich mache jetzt einen Imagefilm in der Stadt und soll dann mit 30 kmh, sage ich mal, über den Marktkauf oder über den Marktplatz oder sowas fliegen, dann müsste ich, wenn ich eben nicht im Langsamflugmodus bin, ich fliege jetzt mit 30, 40 kmh, müsste ich eben 30 Meter Abstand sozusagen um meine Position der Drohne zu unbeteiligten Personen einhalten. Ist natürlich in der Praxis nicht ganz so einfach, zumindest in der Innenstadt und so machbar. Aber rein rechtlich ist es so. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Dachdeckermeister bin oder so und ich möchte jetzt eben im Langsamflugmodus fliegen und fliege jetzt eben mit unter 3 m pro Sekunde an ein Gebäude dran, also Langsamflugmodus, dann darf ich bis auf 5 m an unbeteiligte Personen heranfliegen. Das ist die Idee von, ja, erstmal dem Sicherheitsabstand in der offenen Kategorie A2. Also zwischen 5 und 30 m Sicherheitsabstand, je nachdem, ob ich mit oder ohne Langsamflugmodus fliege. Und auch wenn es rechtlich nicht so 100% sauber definiert ist und auch ehrlicherweise unterschiedlich ausgelegt ist, würde ich euch empfehlen, auch zusätzlich die sogenannte 1 zu 1 Regelung zu beachten. Die 1 zu 1 Regel bedeutet nämlich, lieber Drohnenpilot, deine Höhe ist dein Sicherheitsabstand. Es ist in der A2 Kategorie, wo es auch hier die Mavic 3 Pro und so reinfällt, ist es laut EU-Recht nicht so 100% fest definiert. Aber allein aus Sicherheitsgründen würde ich persönlich nicht in 120 m Höhe im Langsamflugmodus bis auf imaginär 5 m horizontalen Abstand zu der unbeteiligten Person, die hier unten ist, dranfliegen. Weil rein rechtlich, wenn ich jetzt nur die 5 m und die 30 m beachte, könnte ich das. Da steht nämlich nichts von Höhe. Aber es steht überall drin, lieber Drohnenpilot, du musst je nach Bedingungen und so weiter eben, ich nenne es mal, so sicher wie möglich fliegen, die Leute nicht gefährden. Und wenn ich jetzt 120 m hoch fliege, 5 m horizontalen Abstand, dann weiß jeder von euch, wenn ein bisschen Wind ist oder so, die fällt halt nicht senkrecht runter, die Drohne, sondern sie würde dann abgetrieben werden und könnte dann der Person auf den Kopf fallen. Und deswegen meine Empfehlung, einfach um sicherer zu fliegen, wäre die 1 zu 1 Regelung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in 80 m Höhe fliege, bedeutet das 80 m Sicherheitsabstand, also technisch Höhe gleich Abstand. Diese Regelung gibt es auch bei zig anderen rechtlichen Grundlagen im Drohnenbetrieb. Deswegen wird der ein oder andere von euch schon davon gehört haben. Aber sonst ist zwischen 5 und 30 m erstmal definiert, je nachdem mit oder ohne Langsamflugmodus. Das ist erstmal eine der wichtigen Grundlagen, um mit der C2-zertifizierten Drohne im Stadt- und Gewerbegebiet zu fliegen. Also da bitte ein bisschen drauf aufpassen. Wenn jetzt der ein oder andere von euch sagt, guck mal hier, ja, das verstehe ich, aber ganz ehrlich, ich bin für Messungsbüro oder was auch immer und ich möchte jetzt aber über unbeteiligten Personen fliegen und kann da jetzt nicht die ganze Straße sperren, das funktioniert doch alles nicht. Da ist ehrlicherweise der einzig rechtliche aktuelle Weg, eine Betriebsgenehmigung einzuholen. Das machen wir auch sehr, sehr viel für unsere Kunden, dass ich eben entweder eine Location oder auch je nach Bundesland bekommen wir auch generische, also allgemeine Betriebsgenehmigungen hin, dass ich eben von diesen Verboten auch befreit bin und je nach Auflagen komplett über unbeteiligten Personen auch fliegen darf. Auch mit einer größeren Drohne, auch mit den Dingern hier und nicht nur mit den kleinen in Anführungsstrichen. Aber das ist eine Wissenschaft für sich, das wird in dem Video, würde ich es nicht mehr erklären, aber da können wir bei Genehmigung gerne helfen, wenn du da ein wenig weiterkommst und einfach mehr Freiheiten, ich nenne es mal, brauchst oder haben willst. Bevor ich im nächsten Schritt zum Thema Drohnenführerscheine und sowas komme, das, was natürlich ein sehr, sag ich mal, gefährliches Thema ist, sind unter anderem die Geozonen, also spezielle nationale Verbote, die wir auch in Deutschland, auch in anderen Ländern haben und die muss ich mit den Drohnen natürlich erst recht beachten, selbst mit den kleinen Dingern hier unten, der Miniserie und so, muss ich diese Geozonen beachten. Und das ist definitiv eine Wissenschaft für sich. Auf der einen Seite würde ich hier ganz stark empfehlen, um, dass man sich wenigstens so ein bisschen damit beschäftigt, was für Portale gibt es denn, was ist die sogenannte Ikeo-Karte, wie darf ich denn in der Kontrollzone von Verkehrsflughäfen fliegen oder so. Das wird den Rahmen hier komplett sprengen, wenn ich jetzt alles hier erklären würde, weil da haben wir echt, ja jetzt mal tausende Videos sozusagen zugemacht und wir haben ein Video gemacht, wo ich wirklich die praktische Flugplanung erkläre, also was es für Online-Tools gibt, was gibt es für Apps und so weiter, wie kann ich das in der Praxis einsetzen und dieses Video, guckst du dir in Ruhe gerne an, ist hier oben rechts verlinkt eben die sozusagen Flugvorbereitung, die Online-Tools, die ich nutzen kann. Prinzipiell muss ich eben gucken, habe ich da zufällig einen militärischen Flugplatz in der Nähe, was für einen Abstand muss ich zum Hubschrauberleineplatz des Klinikums einhalten und wir haben in Deutschland eben die Geozone laut 21K Luftverkehrsordnung. Das sind sozusagen nationale eigene Verbote, wo wir in Deutschland halt echt eine große Liste haben an Themen, wie beispielsweise für viele relevant. Lieber Drohnenpilot, halte 100 Meter Abstand zu einer Bundesstraße oder zu einer Polizeidienststelle oder zu allem Möglichen oder eben fliegt nicht über Wohngrundstücke, also wenn ich jetzt ein Privathäuschen sozusagen habe, fliegt nicht über den Zaun des Nachbarns rüber. Das ist alles in diesen Geozonen definiert, ist definitiv eine Wissenschaft für sich und da haben wir aber unabhängig von diesem Video ein extra Video gemacht, wo ich nur die Geozone erkläre mit eben, ja, auch den Verfahren, wie könnte ich denn, ich nenne es mal das und das Verbot, nicht umgehen, aber was habe ich für rechtliche Lösungen, um eben doch in diesem Bereich dann einfach fliegen zu dürfen und nicht einfach nur als erstes die Verbote sehen oder in die Online-Tools reingucken und sehen, oh, ist ja alles rot, das geht ja gar nicht und ich verkaufe die Drohne schon wieder. Es ist einfach etwas Übung, natürlich das Ganze zu interpretieren, zu wissen, was gibt es denn für Regelungen, eben nicht nur 100 Meter Abstand zu einer Bundesstraße zum Beispiel, sondern, da steht ja auch schwarz-weiß drin, lieber Drohnenpilot, wenn du die 1 zu 1 Regel einhältst, zum Beispiel bei der Bundesstraße, in 20 Meter Entfernung fliegst, darfst du bis 20 Meter Höhe das Dach von dem Einkaufszentrum oder sowas abfliegen, das ist nur das Beispiel. Also da gibt es einfach jeweils so Unterregelungen und Sonderpunkte. Wenn man es einmal sich eine halbe Stunde reingezogen hat oder so, dann versteht man das auch, das ist keine Raketenwissenschaft, aber das sind die Geozonen, Echtwissenschaft für sich, extra Video dazu, oben rechts verlinkt, einfach für alle von euch, die da noch nie was von gehört haben. Die muss ich neben dem, dass sie auch Lufträume und sowas beachten muss, muss ich vor allem die Geozonen beachten. Da habe ich locker jeden zweiten, dritten Auftrag mit zu tun. Also damit wird man öfter zu tun haben und irgendwann hat man es auswendig, da muss man auch nicht mehr nachgucken. Also Geozonen und Luftraumstruktur, das ist natürlich wichtig für die Vorbereitung, für den rechtlich sicheren Flug mit der Drohne. Langsamflugmodus und 5 bis 30 Meter Abstand hatten wir ja. Und dann ist natürlich so auch eine große Frage, was ist mit dem Drohnenführerschein, weil irgendwie blicke ich da nicht durch. Mein Kumpel hat gesagt, der kleine EU-Kompetenznachweis, also A1 und A3, reicht dir vollkommen aus für deine Mavic. Und der andere hat gesagt, du musst unbedingt den großen Drohnenführerschein machen. Irgendwie verstehe ich das alles nicht. Das ist eigentlich super einfach und das werde ich gleich erklären. Wenn es dir bis hierhin gefallen hat und du uns unterstützen willst, dann gerne Daumen nach oben und den Kanal abonnieren und kommentieren, wenn du irgendwie spezielle Fragen hast. Wir von der Europe sind ja einerseits einer der größten Anbieter für den A2-Drohnenführerschein in Deutschland. Von Hamburg bis nach München haben wir unsere Standorte und liefern eben auch die Drohnen von der Mavic über die M30 und größere Modelle schwerbungmäßig für Handwerk, Industrie und Behördenkunden. Alles aus einer Hand. Das heißt, wenn du jetzt, weiß nicht, Dachdeckermeister bist oder Vermessungsbüro oder was auch immer und sagst, guck mal hier, ich habe keine Lust mehr, das Zeug alles online zusammenzusuchen, dann klappt doch wieder nichts. Ich will aus einer Hand alles haben mit Thermografie-Schulungen, Vermessungsschulungen und so weiter. Sind wir dein Ansprechpartner. Aber jetzt geht es in das Thema Drohnenführerscheine und auch, selbst wenn du gedacht hast, du musst mit der Drohne hier immer den A2-Führerschein haben, wie du das sozusagen umgehen kannst und auch ohne den großen EU-Drohnenführerschein fliegen könntest. Man kann es nämlich sehr vereinfacht wirklich erklären und das ist rechtlich auch, passt das auch 100 Prozent. Es gibt eine Möglichkeit, wie ich auch mit der großen Drohne, mit der M30 zum Beispiel, ohne den großen Drohnenführerschein rechtlich legal in Europa fliegen kann, weil es ja EU-Recht und damit gilt das genauso in Spanien und wo auch immer du unterwegs sein möchtest. Und ich könnte in der sogenannten A3-Kategorie fliegen. Da ist hier nochmal die Tabelle von vorher eingeblendet, die A3-Kategorie ist ja sozusagen eine Klasse da drüber eigentlich, nämlich Drohnen bis 25 Kilo, also schon ordentliche Brummer, M350 und wie sie alle heißen. Und da ist es prinzipiell aber so, lieber Drohnenpilot, du musst 150 Meter Abstand zu Wohngewerbe, Erholungsgebieten und so einhalten. Also eigentlich vereinfacht alles, was so besiedelte Flächen angeht und eben auch Erholungsgebiete. Das ist natürlich schwer zu sagen, gehört da irgendwie, ja, der See, wo irgendwie Leute alle am Joggen sind, gehört das mit rein. Aber einfach, wo ich mehr Personenbewegung zu erwarten habe, da habe ich eben 150 Meter Abstand einzuhalten. Wenn ich aber Landschaftsfotograf bin oder die M30 zum Beispiel rein für die Inspektion von meinen Windkraftanlagen mitten auf dem Feld einsetzen will und ich habe nicht den Wunsch oder den Bedarf, näher als 150 Meter an ein Gewerbegebiet oder so heranzufliegen, dann reicht dir der kleine EU-Drohnenführerschein, den du online in einer Stunde dir durchklicken kannst, beim Luftfahrtbundesamt, vollkommen aus. Nennt sich A1 und A3 Kompetenznachweis und ja, dann könntest du mit der M30-Drohne sofort morgen, ja, auf dem Feld deine Windkraftanlagen abfliegen. Hört sich toll an, ist es auch, es ist wirklich eine ganz einfache Sache. Die entsprechen Links dazu und so, das ist alles unten in der Videobeschreibung drin, also guck da gerne nochmal nach. Da hast du alle Links, wie du den einzelner 3-Schein machen kannst und so, das ist wirklich nichts Schlimmes. Aber man muss halt ein bisschen bedenken, dass es wirklich nur mitten auf dem Feld, weil da der Gesetzgeber sagt, hier, lieber Drohnenpilot, viel Spaß mit der Drohne, da kannst du eh keine schlagen und falls die Drohne runterfällt und dann ist alles gut. Sobald ich aber selbst auf meinem eigenen Gewerbegrundstück im Gewerbegebiet fliegen will oder eben in ein Erholungsgebiet, in ein Wohngebiet oder so reinkomme, weil ich möchte jetzt einen Imagefilm mit der M3 Pro sozusagen machen, dann falle ich eben in die A2-Kategorie und A2-Kategorie bedeutet eben die Sicherheitsabstände einhalten, die wir gerade gehört haben, dann darf ich aber trotzdem im Stadtgebiet fliegen. Ich muss den kleinen A1 und A3-Schein machen, aber eben danach im Anschluss das A2-Fernpilotenzeugnis und das ist eben der große EU-Drohnenführerschein, so wird er gerne genannt. Und ist nochmal eine schriftliche Zusatzprüfung, nicht ganz einfach, aber zum Beispiel unsere Schulung bereiten wir da über zwei Tage drauf vor. Da haben wir auch die ganzen luftrechtlichen Sachen drin und da haben wir natürlich auch einen Haufen praktischer Flüge. Das heißt, wir bieten den A2-Schein zum Beispiel als Online-Prüfung und Schulung an oder eben als Präsenzprüfung. Oben rechts verlinkt, wenn du dir das angucken willst, beziehungsweise auch in der Videobeschreibung sind die Infos. Und das ist halt einfach eine Theorieprüfung, schon ein deutlich Stückchen komplexer als A1 und A3, weil da kommt halt so Sachen wie Akkophysik dran, ich muss irgendwie Kapazitäten berechnen, C-Rate und, sag ich mal, irgend so ein Krams, von dem ein normaler Mensch noch nicht gehört hat, außer du bist jetzt Elektroniker und hörst uns zu. Aber das sind halt wirklich so Themen, die muss ich echt lernen. Also ganz ehrlich, nehmt das ernst, wenn ihr das machen wollt, so einfach nebenbei mal eben eine halbe Stunde kriegt man den A2-Schein nicht hin. Keine Chance, aber wir bereiten darauf vor. Wir haben über die Jahre tausende Schüler gehabt und haben da schon ein bisschen Erfahrung, wie wir euch da unterstützen und euch auch als Fußgänger sozusagen sehr schnell in Richtung der beiden Scheine 1 und A3 und vor allem A2 hinbekommen. Aber ich habe jetzt den A2-Schein in der Tasche, habe Registrierungen gemacht beim Luftfahrtbundesamt als Betreiber und meine Haftpflichtversicherung mich darum gekümmert. Dann dürfte ich mit der Drohne sofort heute Nachmittag in der Innenstadt meine Flüge durchführen. Wie gesagt, beachte, dass es eben verschiedene Verbote gibt, die ich einfach dann prüfen muss im Vorfeld mit den verschiedenen Apps. Da haben wir die Videos zugemacht. Und das einfach so als Einblick in die allerwichtigsten Rechtsgrundlagen für eine C2-zertifizierte Drohne. Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, gerne abonnieren, dabei bleiben und bei Fragen kommentieren. Wir versuchen so schnell wie möglich da irgendwie zu antworten. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Schön, dass du dabei warst. Tschüss.